Polizeiberichte Berlin 3. August 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, man von Lebensgefährten verletzt. Nummer 1337 Gestern am späten Abend alarmierte ein 42-jähriger Mann die Polizei zu seiner Wohnung in Gesundbrunnen. Die eintreffenden Einsatzkräfte trafen in dem Mehrfamilienhaus in der Kategatstraße gegen 22.30 Uhr auf den Anrufer, der Schnittverletzungen an der Hand aufwies und ein langes Messer mit sich führte, und nahmen ihn fest. Der 42-Jährige gab an, dass er kurz zuvor mit seinem 58-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in einen Streit geraten sei und diesen dabei mit dem Messer verletzt habe. In der Wohnung trafen die Kräfte auf den verletzten 58-Jährigen, der Schnittverletzungen am Kopf und im Gesicht aufwies. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser. Der 58-Jährige wurde stationär aufgenommen, der Jüngere wurde nach der ambulanten Versorgung seiner Handverletzung der Kriminalpolizei der Direktion 1, Nord, übergeben. Bericht Auseinandersetzung mit Gehhilfe, Holzlatte und abgebrochener Glasflasche Nummer 1338 Gestern Mittag erlitt ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Köpenick eine Stichverletzung in den Oberschenkel und Verletzungen an den Armen. Bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen nach, soll es zwischen einem 30-jährigen Mann und zwei 57- und 31-jährigen Männern gegen 12.50 Uhr an der Gutenbergstraße Ecke Langebrücke zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. In deren Verlauf soll der 30-Jährige Tatverdächtige dem 31-Jährigen eine Holzlatte und dem 57-Jährigen dessen Gehhilfe abgenommen und dann damit auf beide eingeschlagen haben. Hierbei verletzten sich der 57- und 31-Jährige an den Armen. Anschließend habe der 30-Jährige mit einem abgebrochenen Glasflaschenhals dem 57-Jährigen in den Oberschenkel gestochen und flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus. Die Verletzungen des 31-Jährigen wurden am Ort von Rettungskräften versorgt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bericht Fahrgast von Tram verletzt Nummer 1339 An einer Tram-Haltestelle in Mitte kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen herrschte am Alexanderplatz gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle der Straßenbahn der Linie M4 Dichtesgedränge. Als eine Bahn einfuhr, verlor der 27-Jährige Mann sein Gleichgewicht und geriet mit einem Bein zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Nach einer ersten Versorgung der Beinverletzung durch einen Polizisten der Polizeiwache am Alexanderplatz kam der junge Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 39-Jährige Tram-Fahrer erlitt einen leichten Schock und wurde ambulant am Ort behandelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City, geführt. Bericht Betrug und Subventionsbetrug Zwischenbilanz der Ermittlungsgruppe Corona Nummer 1340 Im Winter 2020 begann die Corona-Pandemie mit gravierenden Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche der Gesellschaft, die vielfach bis heute andauern. Die Strafverfolgungsbehörden waren von Beginn an gefordert, da Kriminelle die Pandemie und insbesondere die staatlichen Unterstützungsleistungen schnell als Möglichkeit erkannten, sich zu bereichern. Bereits seit April 2020 ermitteln das für Wirtschafts- und Korruptionsdelikte zuständige Dezernat des Landeskriminalamtes sowie die entsprechenden Abteilungen der Staatsanwaltschaft in Tausenden von Verdachtsfällen des Betruges und Subventionsbetruges durch die missbräuchliche Erlangung von Corona-Hilfen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe und Bündelung der Maßnahmen wurde im Oktober 2020 die Ermittlungsgruppe Corona, EG-Corona, eingerichtet. Die Bilanz nach bald drei Jahren zeigt die Dimensionen. Zusammen mit weiteren Ermittlungsdienststellen des Landeskriminalamtes wurden durch die EG-Corona bis Ende Juli 2023 mehr als 14.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Davon konnten bereits mehr als 10.000 Fälle nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. In einer Vielzahl dieser Fälle erwirkte die zuständige Staatsanwaltschaft Haftbefehle. Diese wurden teilweise auch im Ausland vollstreckt. Darüber hinaus befinden sich aktuell noch mehr als 5.000 möglicherweise straftatrelevante Anträge auf Corona-Hilfen bei der EG-Corona in Prüfung. Und zusätzlich gehen in der Ermittlungsgruppe weiterhin durchschnittlich mehr als 50 neue Sachverhalte pro Monat ein, die jeweils zu Strafanzeigen führen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Ermittlungen noch mehrere Jahre andauern werden. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe und die justizielle Strafverfolgung dieser Betrugsdelikte sind überaus erfolgreich. Nach Erkenntnissen der Polizei Berlin werden derzeit durch die Berliner Gerichte in etwa jedem zweiten dieser Strafermittlungsverfahren Geld- bzw. Haftstrafen ausgesprochen oder Strafbefehle erteilt. Außerdem konnten aus der von den Täterinnen und Tätern erlangten Beute bislang mehrere Millionen Euro durch die Staatsanwaltschaft gesichert werden. Damit stellen die Strafverfolgungsbehörden in Berlin sicher, dass die besondere Verwerflichkeit der Taten, indem die Umstände der Pandemie durch Kriminelle für betrügerische Handlungen ausgenutzt wurden, adäquat geahndet werden. Bericht Verkehrsunfall beim Abbiegen mit mehreren Verletzten Nummer 1341 In der vergangenen Nacht ereignete sich in Charlottenburg ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Menschen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 27-Jähriger kurz nach zwei Uhr mit einem Auto die Tauenziehenstraße in Fahrtrichtung Wittenbergplatz. An der Kreuzung zur Nürnberger Straße wollte er nach links in diese abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen zusammen, der in Richtung Breitscheidplatz unterwegs war. Durch den Aufprall wurde das Auto des Jüngeren in die Nürnberger Straße geschleudert und kam dort an einem Ampelmast zum Stehen. Das Fahrzeug des Älteren wurde aus dem Kreuzungsbereich geschleudert und stoppte in der Folge etwa 50 Meter in der Tauenziehenstraße an einer Hausfassade, die dadurch beschädigt wurde. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf sowie Rumpf und der 23-Jährige klagte über Verletzungen an Kopf, Rücken, Bein und Hand. Beide kamen in Krankenhäuser und wurden ambulant behandelt. In dem Auto des 27-Jährigen saßen zudem noch zwei Mitfahrer, die ebenfalls Verletzungen davontrugen. Ein 24-Jähriger wurde mit Kopf- und Nackenschmerzen in einer Klinik ambulant behandelt. Der Beifahrer, 29 Jahre alt, hatte Knochenbrüche am Kopf sowie am Bein und musste in einem Krankenhaus zur Behandlung stationär aufgenommen werden. Der 17-Jährige Beifahrer, der in dem Auto des 23-Jährigen mitfuhr, hatte Verletzungen an Kopf und Rumpf, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der Unfallort blieb wegen der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten bis etwa 5.30 Uhr komplett gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem Unfall übernommen. Bericht, Polizisten durch Bisse verletzt Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Gestern früh und am Vormittag wurden zwei Polizisten bei einem Einsatz in Gesundbrunnen und in Kreuzberg gebissen. Ein Beamter wurde derart verletzt, dass er vom Dienst abtreten musste. Die Ermittlungen zu den Angriffen auf die Beamten und weiteren beteiligten Personen haben die jeweiligen Fachkommissariate der Polizeidirektionen 1, Nord und 5, City, übernommen. Nummer 1342 Gegen 6.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei von dem Mieter einer Wohnung in der Schönwalder Straße um Hilfe gerufen. Eine Frau im Alter von 22 Jahren missachtete die mehrfachen Aufforderungen des 20-Jährigen, seine Wohnung zu verlassen. Auch den Anordnungen der Polizeikräfte widersetzte sie sich aggressiv und musste aus der Wohnung getragen werden. Im Fahrstuhl verbiss sie sich in den Oberschenkel eines Beamten und konnte nur mit Mühe davon abgebracht werden. Da die Frau sich psychisch auffällig verhielt, brachten sie alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Dort wurde auf richterliche Anordnung eine Blutentnahme durchgeführt, die einen Wert von 2,3 Promille ergab. Der verletzte Polizeibeamte trat nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus vom Dienst ab. Nummer 1343 Das Klinikpersonal eines Krankenhauses in der Diefenbachstraße alarmierte gegen 9.30 Uhr die Polizei, da sie Unterstützung bei einem randalierenden Patienten benötigten. Bei den Bemühungen, den sich äußerst aggressiv verhaltenen 44-jährigen Mann unter Kontrolle zu bringen, wurde ein Beamter mehrmals ins Gesicht geschlagen und in die Hand gebissen. Insgesamt wurden zwei Polizisten verletzt, sie konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen. Der 44-Jährige verblieb im Krankenhaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017